Alter Stuhl, neuer Stuhl. Oder? Oder das Alt macht Neu. Man braucht dazu zuerst gründlich waschen den Stuhl und dann ein Gasbrenner, so wie hier. Und schon geht es los. Feuer und auf Los geht's los. Ratzfatz. Ratzfatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung, Brandgefahr Jetzt das Finale Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung, Brandgefahr Und das war's. Keine fünf Minuten. Das Alt wird neu. Und die Stühle gehen wieder 20 Jahre oder länger. Grüße aus Kärnten.